Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren in LibGelix, Java und ja für Android, Web und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze ja mittlerweile. Okay, wir haben hier, oder ja, ich möchte euch eigentlich mal nur kurz in der Theorie zeigen, wie ihr jetzt Map Design machen könnt. Wir werden das nachher anders regeln, aber je nachdem was für eine Map ihr baut, könnt ihr durchaus diesen Map Editor auf mapeditor.org finden. Damit könnt ihr solche Maps wie zum Beispiel das hier bauen, also solche seitlich gelegenen Maps. Das ist wie gesagt eigentlich alles nur, ja, wirklich Grafikdesign, also nicht wirklich was, was wir irgendwie im Programmierteil machen würden. Deswegen zeige ich euch das auch nicht so ausführlich. Ich zeige euch bloß das Programm, mit dem man das normalerweise macht. Das ist einer der beliebtesten Map Editoren oder TMX Editoren. TMX ist der Dateityp, den ihr nachher benutzen werdet. Und das könnt ihr einfach super runterladen, hier einfach auf download via itch.io. Dann hier unten auf download, je nachdem welches Dings ihr braucht. Dann könnt ihr hier entweder ein paar Dollar spenden, der Kerl hat es wirklich verdient. Oder einfach nur direkt downloaden. Hier dann jeweils das passende für euch und dann wirklich einfach nur ausprobieren. Ihr braucht dann natürlich auch noch eure eigenen Grafikdateien. Habe ich jetzt keine gemacht, ja, weil es ist relativ schwierig die Dinger zu finden, sodass man sie auch wirklich in einem Video benutzen darf, wo man Monetarisierung freigeschalten hat. Okay, gut. Also wie gesagt, das wäre der eine Teil zum Level Design. Das ist aber wirklich ein komplett anderes, ja eine andere Geschichte. Im Prinzip hat es sehr viel mit Grafik und so weiter zu tun. Das wollen wir hier nicht machen. Wir wollen uns auf Java konzentrieren. Ähm, genau. Okay, was ihr auch noch machen könnt, oder was ihr danach machen müsst, ist, ihr müsst diese Welt laden. Und diese Welt zu laden ist eigentlich auch nicht so schwer. Nehmen wir jetzt also mal an, ihr habt so eine Map geladen, beziehungsweise erstellt als TMX-Format mit diesem Programm, wo ich euch gerade gesagt habe. Ihr könnt natürlich jedes Programm eurer Wahl benutzen. Dann geht ihr einfach in dieser Create-Methode her und ladet diese Map hier. Das heißt, ihr wollt erst mal eure Map laden, indem ihr sagt, hier zum Beispiel, wir packen uns hier oben noch eine Tiled-Map rein. Ähm, Tiled, ups, Map, genau die. TM ist gleich, äh, ne, noch nicht ist gleich, wir sind ja noch gar nicht ein Konstruktor. Hier, Create-Methode. Und hier könnt ihr jetzt einfach mal hergehen und sagen, okay, ich würde jetzt gerne meine Tiled-Map laden. Also TM ist gleich, New, und jetzt habt ihr hier diesen TM, TMX Map Loader, TMX Map Loader. Hier, so, den einfach mal so erstellen, tatsächlich also einfach nur über New, Punkt, und dann hier die Load-Methode benutzen und hier euren Dateipfad angeben, mein Pfad. Ich habe jetzt hier tatsächlich keine benutzt, Punkt TMX, weil, wie gesagt, ich habe keine gefunden, die so gratis war und ich wollte natürlich euch trotzdem möglichst schnell ein neues Video liefern und nicht Ewigkeiten an einer Map rumdoktern. Okay, aber wie gesagt, das ist eigentlich nicht kompliziert. Jetzt könnt ihr das Ganze so einfach mal benutzen und das Einzige, was ihr dann noch machen müsst, ist nachher die Kamera einstellen, das werde ich euch im nächsten Video zeigen, wie das funktioniert. Okay, und hier haben wir jetzt einen Tiled-Map-Renderer noch. Achso, den haben wir noch gar nicht erstellt. T-M-R, wir sind ja hier schon wieder unten. Dieser Tiled-Map-Renderer, der wird für euch diese Map sozusagen erzeugen, so wie ihr das braucht. Das heißt, mit, ja, mit allem, was so dabei ist. Ähm, wir brauchen also, wie gesagt, einen Tiled-Map-Renderer, das ist der hier, ähm, den nennen wir jetzt einfach mal TMR, so, für Tiled-Map-Renderer. Okay, ist gleich New und dann haben wir hier New-Tiled-Map-Renderer. Problem ist natürlich, dass das Ganze eine abstrakte Klasse ist. Das heißt, wir wollen nicht den, wow, das wollten wir eigentlich tatsächlich nicht machen. Ich habe ein Enter zu viel gedrückt. Wir wollten natürlich nicht den, äh, normalen Tiled-Map-Renderer haben, sondern wir wollten einfach nur, weil wir orthogonal, normalerweise die Map haben, einen orthogonal Tiled-Map-Renderer. Ihr könnt am Anfang beim Erstellen von der Map einstellen, ob ihr sie orthogonal oder isometrisch haben wollt. In dem Fall könnt ihr dann einfach den orthogonalen Tiled-Map-Renderer benutzen. Oder ihr nehmt einfach den, ähm, je nachdem, wie ihr halt die Map erstellt habt, den isometrischen Tiled-Map-Renderer. Okay, das heißt, einfach hier den passenden Renderer für euch benutzen und dann am Ende, ähm, habt ihr euren, ich werde jetzt hier einfach mal den ISO benutzen, weil ich gerade schon so weit war. Ähm, und dann, wie gesagt, den ISO, ähm, isometrik Tiled-Map-Renderer benutzen und dann die Tiled-Map hier reinbringen und schon seid ihr fertig. So, in der Render-Methode hier unten müsst ihr natürlich auch noch was machen. Wie gesagt, zur Kamera gibt es ein nächstes Video, die ganzen Sachen, die ihr braucht. Jetzt geht es nur um diesen Tiled-Map-Renderer. Ähm, das Einzige, was ihr mit dem machen müsst, ihr müsst eure Kamera draufsetzen. Das heißt, tmr.setview und hier dann, ähm, eure Kamera. Ja, hätten wir doch lieber den Orthographic genommen. Ähm, die Orthographic-Camera, die heißt einfach nur Camera, Semikolon und danach tmr.render ist alles, was ihr hier machen müsst. Und die, äh, Kameraoptionen, die zeige ich euch dann nächstes Mal. Okay, soviel zu den Maps, ähm, beziehungsweise soviel zu den tmx-Maps. Die Tiled-Maps, ähm, Maps. Wie gesagt, es gibt auch sehr viele andere Optionen, wie ihr das Ganze machen könnt. Ähm, zum Beispiel, wenn ihr an Pac-Man denkt, das Ganze war eigentlich nur eine Bitmap oder eine, eine Farb-Map. Das heißt, ihr hattet ein Karo-Kästchen, ein paar Kästchen halt, pro Feld, wo der Pac-Man drauf konnte, hatte man ein Feld mit einer bestimmten Farbe. War die Farbe so und so, also quasi pro Pixel einfach abfragen, durchgehen und abfragen. Ist die Farbe das und das? Dann hab ich, ähm, hab ich ein Feld, wo er fressen kann. Ist die Farbe das und das? Hab ich am Anfang dort ein Geist drauf sitzen? Ist die Farbe das und das? Ist es mein Startfeld und so weiter und so fort? Das, oder halt Wand oder wie oder was? Das ist die andere Möglichkeit, wie ihr Maps erstellt, quasi von Hand. Das wären die zwei Möglichkeiten, die ihr habt. Okay, ich mach das Ganze jetzt mal wieder raus. Wir wollen hier natürlich kein Spiel erstellen in der Serie. Wir wollen euch, oder ich will euch nur zeigen, was ihr alles machen könnt. Im Prinzip könnt ihr jetzt schon, dadurch, dass ihr wisst, wie Texturen, wie Sprites funktionieren, könnt ihr wirklich schon das Allermeiste machen. Jetzt, da ihr wisst, wie die Maps funktionieren, könnt ihr auch schon wirklich sehr, sehr viel machen. Also, so Sachen wie, ähm, Flappy Bird oder sowas, wäre jetzt wahrscheinlich kein Problem mehr für euch. Abgesehen von den Kollisionstests, aber die kommen auch bald. Okay, dann war's das für heute mal wieder und nächstes Mal geht's weiter mit der Kamera. Wir hören uns, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.